Ein Tumor ist eine Geschwulst beziehungsweise einfach eine Anhäufung von Zellen im Körper in einem Bereich, wo die normalerweise nicht hingehören. In der Krebsheilkunde ist es so, dass darunter bösartige Zellen verstanden werden und für die Behandlung ist es wichtig, dass man dann herausfindet, aus welchem Bereich des Körpers diese Geschwulst kommt, damit man sie dann optimal behandeln kann.